Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2 Hoster, der Anniversary Edition Ja, gleich beginn's mit dem Hoster, wunderbar In der letzten Folge sind wir hier bei Suntime Mountains angekommen und müssen irgendwie weiterkommen Wah, Hilfe, geh weg, Mann Gott, der erschreckt mich nicht so, ihr Schweinies Ist das hier vor Ort? Ja Okay, ich glaube, wir geht's hier weiter Jo, ihr Schweinies So, ich bin ein bisschen leiser Wah Okay, ähm Boom Und wie ihr sehen könnt, Kampf geht wieder besser und schneller Ja, ich hatte was umgestellt Dann geht es wieder Geht es wieder schnell Bam Ich bin spät, Reader Springen Springen So Einmal hopsen Und dann haben die was Nein Nochmal das einmal Kaputt Ja Und die Musik ist schon wieder laut Nein Verdammt Verdammt So, errotz Jetzt sind wir hier oben Da sind Schuhe Wie kommen wir zu den Schuhen Ich glaube, so kommen wir zu den Schuhen Schieb Bam Kommt her, Mann Nein Mist Das war der Falsche Verdammt Macht er was mit seinem Arsch hier Macht er ja auch schon Au Ja, ist gut Ist gut Ist gut Mach ihn kaputt, Marek Scheiße, die Musik ist laut Verdammt Ja, ja Richtig Dammit Mist Lass uns schüchen Mach gut Was könnte mach gut Wow Noch mehr Move Mehr Abwehr Boah Wohin hat 239 Abwehr Meine Güte Da wir Kriegt's Elena Na, gehst du da wieder hoch Haha Beschissen Hä, achso We stay here tonight People Fine I will go get some water A fine idea I shall accompany you Was I shall accompany you It will It will make your burden lighter Was, no I will be able to manage Then I shall keep you company Come, let's Let us go Scheiße You too Take care Alright Alright Huch Da ist ein Affe Bonjour Ach schön We are almost there If I'd have known This trip Would take so So long I would have Wigs Petsit Sky here I fear Our trip Would have been Much shorter Had you not been With us Ryudo It is only because of you That we have come so far I have learnt many things As well Thank you for what you have done Well, I am Not the only one Who should be thanked I did some things I normally wouldn't do Because of you But it was worth it I've never actually enjoyed Doing a job before And I've never seen The little punk Actually work before Either Shut your wormhole Sky Shouldn't you be Packing and scratching At the ground Anyway Ho 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 When we come to the cathedral And meet with his Holiness Pope Sarah Do you think He will truly be able To exorcise Walmer That I don't know Look This is a bit off topic But I've been meaning To ask Why are you so nice Well The souls of the people Are weak So I must help them I must bring them The light If they are not strong Then the dark one Resays Upon their weakness As with me Will his holiness Be able to save me There is always a way We see him tomorrow We know then What took you so long Dinner's ready The path we followed Dropped upon itself As a many-coiled serpent Its course at once Bath With their Cotus And labyrinth Scheiße Mr. Merrick Is trying to say Whatever are you Two talking about We were lost Come let us eat My claws are shattered My belly hollow Oh Haha Der Tomo Okay Jetzt geht's Richtige quatschen los About time you showed up How many people does It take to get water And what the hell Took you so long Anyway What is with you two I did not think It would take long To fetch water Well Um no We just got a little lost Right Mr. Merrick Brawn There is no need To dwell on such things I see you have found yourselves My heart is clanded Cladded Cladded Was And what do you mean by that So we shall finally reach Can- Rennel's cathedral We have come so far Mr. Merrick You really do worry about The strength Strength Strangest things It would have been fun To watch on the sly There are times when it best To allow the river To run its own course You will discover The true of this soon enough Scheiße In any event Our path draws Near to the cathedral We have almost cleared The mountains We will be In the sun time Papal state soon We are almost To the sun time Papal state And to the Grenice cathedral Where people gator To say Their prayers I wandered to prayers That long ago By people You never knew Still stay around Even if no one Still remembers them Even a frocast A sight Has the Facultee To trouble And sway the mind There is a danger In this Draw the news The plans To art At old Through the age Pains Chuck The sapling Of light Into time The sapling Will rise As it must On the other hand There may be People who are still Trapped by the old Beliefs That they think Are so important A thought carries For On the wings Of prayer Do a man's dreams Drift silently Through the ages Okay Jetzt kann man schon schlafen Das hat das gleiche Das hat das gleiche Die sagt das gleiche Okay Well speed things up a bit tomorrow Let's get to bed Ich höre noch die Affen Ah Speicherpunkt Ich wusste es Ihr wart das Ich hab noch gehört Ihr Typen Na wartet Jetzt geht ihr sterben Weil ihr so krach gemacht habt Bam Aha Heilig getroffen Egal Bam Oh die noch blatt Yeah Hardly worthy of my notice Yeah Marit level 30 Wild Oh da ist ne Axt Wir müssen das Wasser Wasser wegkriegen Da oben Schon gesehen Tschüss Schon gesehen Kluck 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 Tada Tschüssi Ah Dragon Slayer Axe Axe Wow 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 Effective on Reptiles Das ist ein Prank Holy Wornself Tschüss Suntime Mountain Space Und Waterfall Und Waterfall Und Waterfall Und Waterfall Ah Was ist ne Kisse da unten? Ah nein Hilfe Hoppala Kann ich mir angucken Okay Hm Und jetzt Dann kannst du es angucken Geil Die Knatterfischung Ich verbrenne euch Ah oh Lass das man Gotta work even harder So Was kann man jetzt trotzdem machen Ich Kann man rüberspringen Hier gibt's die Kiste hier irgendwo So Irgendwas kann man ja machen bestimmt Ach Geht weg Nein Tschüss Gibt's aber nichts mehr So knapp Halt Stopp Lass das Nein Haha Nicht getroffen Noch ein Ring Nicht getroffen Nicht getroffen Nicht getroffen Nicht getroffen Ah watch Man Ja hier ist Geld Was war's denn? Ah hier kann man nirgends wo mal hin Doch da war was Mann Wie war halt gliziert hier Geglos Mensch Nein du lässt das bleiben Kaputt Was war da jetzt rechts Hä? Bist du Tür zu? Ui Geht das Geht das später auf? Ich hoff's mal Ist hier Wasser Hä? Ist Wasser? Also irgendwo kann man ja noch hin Vielleicht kann man da später zu der Kiste Wenn man die Tür aufmacht Von Aber warte mal Wo ist denn? Hm Muss ich mal gucken Wie man da kommt An die Kiste ran Und East Silesia Und Suntime Papal State Papal State Die Hochzeitsstadt Die Kirschenstadt Wo die Kathedrale ist We made it We are finally here Before you lies The splendor Of the Suntime Papal State Dedicated in honor Of the glory And majesty Of our great Lord Grannas Cute Is this where The cathedral is? Yes It is so But what business Have you at the cathedral? I am a sister In the service Of Lord Grannas My name is Elena Father Carius Of Carbo In the black forest Instructed me To come And call upon His holiness Pope Sarah Well That must have been Quite a journey So you wish To meet his holiness Sarah I must make A report Regarding The ceremony Of sealing Well then Let me lead You to the cathedral Um well I would rather not Today I shall go There directly Tomorrow As you wish I shall inform His holiness Da 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 dumm Da 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 dum geez And so The mighty warriors Come to the end Of their Lengthy Endlessly Complicated journey You did good kid Must be tyrant Ryudo, was will you and the others do now? I am still a little concerned about my brother, but I have no idea where he might be. Fate has seen fit to bind brother to brother. I would stay not on with you, for destiny's work is not yet complete. I would like to stay with you too, but I am also interested in the stories told by the church of Kranas, so I would like to stay here a while. Not a problem, not like I have anywhere else to be, but Elena, you sure you don't want to take care of your business today? It is an audience with his horn is there, so I want to be neat before I go. Okay, let's spend the night here and rest our feet, or for some of us our red stained claws. Yes, let's do. I am hungry as well. Yes, you are right. Your red, yeah, your red dingsbumms claws, huh? Halt, erstmal, shop. Dedeedeedeede, welcome, welcome to the Suntime shop, located right here on the Suntime Papal State, land of Lord Kranas. Yeah! Supi! Verkaufen. 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 Oh, is gonna be bought. Verkaufen. Oh Gott, wir sind bleib. Halt. Moment, was kann Marek davon tragen? Okay, das kann er tragen, gut. Nur das mit Marek. Ja, Fluchtchance. So, also Gau verkaufen, 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 verkaufen. Halt nicht verkaufen. Nicht verkaufen. So, Sisters Head. Heavy Boots. Wow. Warte mit. Warte mit. Warte mit. Healing Ring. Nein. Wollte nicht kaufen. Nein. Stimmt, was mach ich, Mann? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So. Nein, die Güte. Was haben wir noch? Poison Charm. Deep Charm, Move Block Charm. Okay. Butter Rock. Oh nein, hier gibt's mehr... Mehr ist... Mehr ist peting, oh. Scheiße. Okay, gut. Ähm. Ja. Ins Inn. Kurz... Kurz... Rein ins Inn. Ach. Hallo. Rein da? Nicht raus. Danke. Recover. Speichern. Oh, Mann. Sun Time Inn. Sun Time Inn. Ja. So. Und ich mache erstmal einen Cut. Haha. So, also dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Julie. Tschüss. The of. As. Frau.